so leute sehr schöner auftritt also wobei ich ach ja wir haben hier ein neues kleines projekt wir haben es glaube ich in der letzten aufnahme von wo w schon mal angesprochen wir wollten ja mal ein bisschen was von dem ursprünglichen wo w zeigen dem vanilla wo w deswegen haben wir uns heute auch mal zu fünf zusammengetan selbe truppe wie von der letzten wo w aufnahme und ja wir haben nur eine sache missachtet die bei der letzten wo w aufnahme gesagt wurde und zwar wollte mir ja also habe ich ja gesagt dass man die only paladin challenge machen und das wollen wir ja nicht weil wir ja noch in den dungeons und so wollen und dann wird es mit only paladin bisschen da wird es ein bisschen schwierig mit tanks weil paladine können nicht tanken im classic das war noch nicht so sie hatten zwar einen tankskill aber heilen kann er heilen kann er das einzige was er doch irgendwie kann flash of light also gut wenn man kann ich nur heiliges lecht ja flash of light kriegst du irgendwann mit level 20 oder sowas um den dreh rum da knarzt er schon der bogen bis man die munition ausgeht abwiesen kobalt gezicht töten und keine wölfe und fern sich wundert dass ich jetzt schon level ab hatte ich hatte ein bisschen den weg von teldrasil bis hierher darf ich ein bisschen erkundungserfahrung bekommen also deswegen bitte einfach mal nicht wundern ja ja wir sollen keine wölfe töten und ich töte die trotzdem stehen und um hier quäler bleib hier die kaste gehen ab endlich mal endlich mal was was ich rufen darf kein man haben mehr nach 3k ja ja da kann man auch stehen ist ja ich ich darf dolche und bögen spielen da knüppel ich ihn wieder fühle ich wie das ist ja 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 wir sind dann übrigens fertig das ist so schön wenn man endlich mal irgendwas looten darf in der gruppe ich kann auch plündern auf jeder gegen jeden stellen wenn du willst dann geht es genau wie eine elemenie ausgefangen und alle gegenseitig umzubringen für die sachen neue quest zwei neue quest naja das war dann die quest mit dem wölfe töten hier die muss erst einmal zu meinem lehrer anscheinend ja die quest fällt bei mir gerade ein bisschen weg weil hier gibt es keine jägerlehrer da müsste ich rüber nach sturmwind mir macht es gerade oder der hingabe ja wir haben alle rüstungen übrigens ich habe vorhin ein paar ketten handschuhe gefunden will die wer ja du hast kette momentan ja ich weiß aber du platte hast du erst erst ab level 40 ja ich weiß und das ist schade aber das ist ja mal lehrer bei ganz ganz hinten diese scheiß alter ist gerade näher da der der kann sie haben hast du handel blockiert oder ihr wisst dass man mit diesem einen heini in der kirche sprechen muss was für eine kirche ich war nur gerade da mit beschäftigen interface irgendwie selbst schneider zu dünn feini wird automatisch angezeigt werden ich kann doch mal die intelligenz buffen ja dann buffen mal ganze gruppe durch bis alle haben ja ich bleib mal hier draußen stehen bist du verrückt weißt du wie blöd das ist wenn du weißt was passiert wenn du einem krieger einen intelligenz buff gibst äh du ein int buff ist für krieger in classic auch noch mal gar nicht so sinnlos du kriegst deine waffenfertigkeiten schneller hochgeskillt wenn du mehr intelligenz hast aber denk dran ich bin unsere gruppenversion von hoas ein int buff das könnte ein bisschen wie du spruchtest mich an also ich würde auf keinen fall mehr denken ich bin ein int buff ab also also ihr habt jetzt auch noch die quest dass wir zehn kobalt tagelina töten müssen oder und hier gibt es noch eine quest dass du dann egan pelzschneider anquatschen musst und der gibt dir noch mal eine quest dass du dann acht mal zähes wolfsfleisch sammeln musst ach so ne scheiße aber auch ist der nicht außen ist der drinnen oder außen der ist außen da hinten jetzt ist ein zwergenjäger ich habe noch drei offene quest wölfe an der grenze überprüfen der und kriegt sie jetzt vier shadow balls durch bevor sie oben ist jetzt soll ich auf jeder gegen jeden stellen nein ich darf zwei looten und eine von denen hat das schweiß quest item getroffen ja ich weiß ich bin voll der cheater und die rom 3 da bin ich noch respektlich nur beim dart spielen lederstiefel wie mit mir da und du musst den ersten und krankenhaus so wenig zielwasser doch schon aber mein viel wasser beschränkt sich meistens auf andere dinge als auch eine komische runde scheibe okay ich hab gerade irgendwo hier noch ein zielwasser getrunken haben und dann irgendwelchen griebmärchen gesammelt habe ich mir Nadine gerade vor sie steht einen halben meter von der scheibe weg zwei meter hinterher steht eine sie wirft nach vorne und trifft trotzdem den typen ach das mal nicht zu laut war mal bowling spielen jemand stand hinter mir macht einen doofen spruch ich glaube ich weiß wie diese geschichte ausging das wäre dann wiederum absicht und wer sagt dass ich dann da spiel nicht mit absicht irgendwo anders in werfen einer der parrot einfach so meinen raptor stoße ich glaube sagt ich brauche noch zähes wolfsfleisch warte jetzt haben wir teilen uns gerade ziemlich auf glaube ich oder so ein bisschen ich habe eine lederhose gefunden das als meine und sie sagen habe ich schon ich denke dass er mir gerade diese tricks möchte töten naja das ist schlimm wir töten gerade hart arbeitende kobold ohne dass sie was dafür können das ist halt hässlich er hat die besuche aber auch nur ihren job zu machen und wieder unten zu kommen wird nicht verdient zu leben das ist die olle aus berlin die jetzt hier auf die an tagelöhner haben wir alle zurück zu den wölfen nein mir fehlen noch viel irgendwie fehlen noch sechs tagelöhner weil bei mir keinen scheiß wolf kein fleisch zu hä was ich bin dafür deswegen viele tage das hat jetzt keinen sinn gemacht was du da gesagt hast ja was ich glaube daran bist du selbst schuld weil du bist hat dich von der gruppe abgesetzt tagelöhner haben nichts mit dem 10 wolfsfleisch zu tun ja ich habe mir fehlen noch sechs tagelöhner weil ich noch welfe tötete ach so weil mir noch wolfsfleisch fehlt ich bin aber der gruppe nach und so gerade wölfe na dann sind wieder ganz ganz viele ja wir sind inzwischen wieder respawned guck mal her du wolf hey wolfsfleisch ich habe 3 c ist wolfsfleisch ja ich bin jetzt bei 8 also ich bin fertig exakt er sagt du der cheatet ja du weißt doch ich schlafen mit Malte das naja stimmt schlichte mit Malte das weißt du doch naja ich hab's nicht vergessen das was verdrinkt gehabt weil ich wieder mit Diablo umgefangen hab es ist zwar eigentlich Munitionsverschwendung aber ich helfe euch trotzdem mal dabei die Taktiker hier zu töten wie hier ja ja und schon wieder noch verdorbene pelze ah ne ähm ein CS4 ist schlecht so komm ich bin fertig ja mir fehlen noch 3 ich bin grad mal noch ich hab erst die Hälfte ja und ich hab einen mehr super jetzt hab ich auch schon ah das man wollte nicht tun kann er ist wolfsfleisch jetzt hab ich 6 blablabla kratzman was denn was sind ins Auge geschossen man könnte immer aufhören an mir mit Meisel auf diese Drecksviecher yay ich will immer noch 2 Wolfsfleisch komm her du Drecksvieh oh frisches Quellwasser und ein Apfel huh huh Chrissi lootet hier schon wieder das beste Zeug das war jetzt nicht mal gelogen essen und trinken ist hier verdammt wertvoll na gut zumindest bis Chrissi Level 4 erreicht danach ist er unser danach ist er unser Wasser- und Brotautomat Wollt ihr mich verarschen mir hat grad jemand das zee wolfsfleisch weggelootet ich bin fertig da hat jemand grad den wolf gelootet den ich looten konnte und dann konnte ich ihn nicht mehr looten und hab das wolfsfleisch nicht bekommen what the fuck was soll der Mist Karma mein Freund Karma was für Karma was hab ich jetzt bitte schon wieder gemacht das musst du selber wissen wird eigentlich die Erfahrung aufgeteilt oder kriegen wir einen Erfahrungsbonus weil wir in der Gruppe sind es gibt einen Gruppenbonus aber im Prinzip wird sie aufgeteilt dadurch dass wir allerdings hier mit einigen Quests wesentlich mehr töten müssen als wir eigentlich müssten wenn wir alleine sind relativiert sich das ganze auch wieder ich muss auch die Quests mit Wolfsfleisch nur noch abgeben ne jo denkst du das ist negativ für meinen Karma wenn ich kleine Kinder eine Klippe runterschubse ne ja das ist negativ für deinen Karma hallo für Dein für Crows kann man nicht aber diese alte aber diese alte Frau hat gesagt das wäre gut uh schicke Stiefel gleich verkaufen auch die Hilfe also mein äh mein 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 Hauptfest ist bei der Bruderschaft der D4 jo jo ich weiß wo die ist Bruderschaft der D4 ich kenn die ganzen Quests hier alle noch und wenn wirklich ich hab hier im Regal noch nen Quest Guide stehen wo ich alle Quests nachlesen kann ich weiß aber eigentlich auch wo der Scheiß ist nur ne Weile her hat der nun eine der hatte doch grad zwei Quests ach ne das war die zum abgeben war die andere hm jetzt geh mir erstmal einen neuen Skill holen sie als Bruderschaft der Diebe ich hab mit so ähnliche Kramine und Milli-Geldmark Dings da diese Kress hat kein Pressklick-Symbol also wie kann man nochmal ähm Spieler folgen äh ein Rechtsklick aufs äh Charaktersymbol und Zielfolgen ich weiß nicht ich weiß nicht ich weiß nicht ha ha da steht nichts mit diesem Zielfolgen gab's die Funktion schon doch Folgen zwischen Handeln und Duell bei mir ist die ausgegraut ja dann ist er zu weit weg jetzt geht's also dann dürfen wir zum Paladin oh mein Gott ich glaub dem Paladin hinterher das ist ein Fehler irgendjemand hat die Quest für Millis Ernte nicht? ich? ich schon? ja hätt ich mir aber mal was sagen können da steht aber auch welcher fehlt ne? man sieht wer sie hat ach stimmt uuuuut ja stimmt man sieht's Wänden annehmen das schöne ist wir können hier jetzt ja wirklich die ganzen Mobgruppen so schön aufräumen weil allein ist das hier auf dem Classic Server immer sehr tödlich wenn man allein so in eine Dreiergruppe reingeht zwei gehen immer so gerade noch so vor allem habt ihr einen Heiler dabei ja aber hey ihr merkt ihr wenn du Schuhe bist selbst wenn du alleine spielst das ist immer die Schuld von den anderen ah ich spiel hier aus oh ich hab Kettenstiefel gefunden die ich erst mit Level 4 tragen kann das ist doch auch was mit mit Level 4 kriegst du doch schon ein Richturteil oder? ich war noch nicht beim Lehrer ich müsste es eigentlich schon haben wahrscheinlich beherzten Sterbe-Animation ja oh wir müssen in ihre Drex-Halstücher da also ich hab schon 3 ich bin auf 1 ja und diesmal cheatet Chrissi wir wechselt euch ab oder? ja es ist ja sonst wäre es zu auffällig ja gib doch immer zu dass ihr beide mit dem Wald geschlafen ja ja Entschuldigung ich bin krank drum hört sich das an wie eine Kanalisation und schnuppen habe ich jetzt auch noch das ich nutze das aus was wir alle schon gedacht haben hier habe ich gerade einen nicht gelootet in dem du es nicht getan hast ne irgendwie ist mein äh Loot übersprungen worden ja ja das hatte ich auch ähm erst konnte ich ihn looten und dann auf einmal ist jemand anderes hingegangen hat die Sachen weggenommen und hab Pech gehabt Nanu ich kann gar keine looten 5 Leuten kann das durchaus verbrochen